Hallo und herzlich Willkommen zurück, ich bin der Super Fatih und wir spielen zusammen Far Cry 6. Ja, den nehmen wir mit. Okay, sehr nett von dir, ich muss es eben ein bisschen neiser machen, auf dem Headset. So, ich wollte eigentlich hier diese Dinger hier machen. Joa, kommen wir mal auf die Karte. Wir haben ja hier diese, ach wie heißen die nochmal, Aufklärungspunkt. Die machen wir jetzt mal und ich würde sagen die mit der Pistole oder was. Ja. Dass wir die Mission auch mal durchkriegen. So. Ablagestelle bei Radina Kai bestätigt. Team zur Übergabe losschicken. Set gemacht. Sind auf dem... Okay, da müssen wir hin. Das bedeutet, wir müssen über diese Landbrücke. Wie bei der Tag kann die Vorräte gut gebrauchen. Ich muss nur drei Minuten. Okay. Dann suche ich mal, ob ich hier irgendwo ein Fahrzeug finde. Den können wir, glaube ich, auch auf den Rückweg machen. Da haben wir jetzt keine Zeit für. So. Ja, genau. Ja, genau. Da kommt mein Auto. Hey, 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 hey. Raus da. Auch das. Bitte, tu mir nichts. Nein, jetzt geht er weg. Das nochmal. Vorheitliche Aufgabe hier. So. Da haben wir unser Fahrzeug. Oh Gott, hat er auch noch einen anderen... anderen Gang. Katastrophe. So. Wir müssen noch über die Brücke hier. Da vorne ist sie. Hey, bist du verrückt? Was ist mit dir denn im Verkehr gelaufen? So, ist es sinnvoll hier lang zu fahren? Oh Gott. Oh Gott. Natürlich nicht. Ja, den Resten dann laufen wir 300 Meter in Minute. Das machen wir, glaube ich. So, ich habe mir da auch nochmal was gegönnt. Ah, die habe ich noch gar nicht ausgerüstet. Nein, ich muss noch mal in eine Landbrücke weiter. Ah, verdammt. Ich habe mir nämlich... Süße gegönnt. Habe ich auch schon komplett aufgemotzt. Oh nein. Nein. Ich brauche das Pferd. Komm her. Ich brauche das Pferd. Ja, jetzt wird es doch ein bisschen knapp, wa? So. So. Pferdchen. Oh Gott. Jetzt zieg nicht so rum. Oh Mann. So, dann nimm ich mal eins davon. Komm her. 50 Sekunden. Oh Scheiße ey. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Nur jetzt. Fertchen. Lauf. 300 Meter. Und ich dachte, das wäre ein lockeres Spiel hier. Okay. Ja, okay. Das schaffen wir doch noch. Super. Ich sollte mich lieber beeilen. Mal ganz ruhig. So. Dann probieren wir mal unsere neue Waffe aus. Bäm. Mg 42. Ja. Boom. Dann haben wir das. Ach, da war Feuer. Dann laufe ich auch noch durch Feuer durch. So, was hat der noch? Ne Pesos. Ein bisschen Eisen. Und unser Loot. Das ist ein riesen Fang. Ein riesen Fang. Fang aufstieg. 13. Wo geht's denn überhaupt hin? Komplett. Mit den. Sub Commander. Oder was stand da? So. Ich würde sagen, dass wir uns dieses Teil dir mal gönnen. Dann ist der nämlich weg. So. Einmal Schießprobe. Ja. Ich habe mir gerade noch. Ja. Das Mg 42 aufgerüstet. Und da war meine. Mein Schießprobe war schon wieder auf. Komplett leergeräumt. Ich glaube, ich habe noch einen. Jetzt mit diesen hier zwei. Ja. So schnell geht das, ne? Alles klar. Ich bin da drüber. Ja. Ich bin da drüber. Ich bin da drüber. Ja. Ich bin da drüber. Stopp. Tausend Meter mit ein Pferdchen. Okizuki. Oh ja. Schneller können die ja auch noch. Mit Schiffftaste. Vamos, vamos. Was ist das? Will er ihn exekutieren? Ich glaube da nicht. Bitte. Nein Problem. Mach ich doch gerne. Zwei neue Kisten aufgedeckt. Das ist ja was. Hier, was ist hier für eine Kiste? So, wo haben wir denn die Kiste hier? Da ist sie. Was haben wir hier denn drinnen? Flaschenpost. Ein kleiner Anhänger für die Waffen. Ja. Los. Schau rein. Ein braves Pferd. So, ein braves Pferd. Ey, bist du bescheuert? Ja. Alter. Der hat das Pferd gekillt. Gibt's ja gar nicht. Verrückter Hund. So. Oh, jetzt bin ich glaube ich drüber gefahren, ne? Weißer, tut mir leid Pferdchen. Oh man, ich hab doch keine Zeit. Ich muss doch weiter. Wir müssen ins Cassio gehen. Oh, da ist noch ein Konvoi. So. Ja. Ja, das werde ich liegen denn. Aussteigen, wenn das Fahrzeug steht. So, da haben wir einen. Ich muss aufpassen. Ey, das haben wir mitgenommen. Nein. Pass bloß auf, Dani. Pass bloß auf, Dani. Da ist einer. Wo ist der letzte? Der ist auf dieser Seite. Da ist keiner mehr. Den können wir uns gönnen. Da ist er. Warum stellst du dich da jetzt auch gerade hin? Verdammt. Okay. Und schon, das war nicht so optimal, aber... Noch hat mich keiner gesehen. Boom. Okay. Okay. Die Gegner haben wir. So, Homie. Dann... So, dann gönnen wir uns diese hier Sachen hier mal. Na, Schießpulver. Ein Schießpulver. Das ist eindeutig zu wenig. So. Was haben wir denn noch? Hier ist noch Benzin. Was ist das denn? Ist das eine Kuh? Wieso rennt die Kuh denn da? So. Keine Verstärkung mehr. Alles klar. Hier liegt nichts. Ist noch ein... Radio. Alter. Was ist hier los? Oh Gott. Hey. Hey. Oh Mann. Teilweise sitzt da der Wurm drin. So, hau da ab. Ich gehe hier rein. So, da haben wir einen Schlüssel. Das ist ja der Schlüssel für drüben. So. Und sonst haben wir gar nichts mehr drin. So. Die Stötzung... Kontrollpunkt. Da war uns. Alles klar. So. So. Dann nehmen wir noch schnell... die Information hier mit. Gibt es hier eine Information? Zack. Kommandante. Boom. Ja, das war... Hier ist er. Da ist er. Ja, ich bin da. Was hast du wirklich gesehen? Ein paar Bauern waren bei uns im Lager, weil die Armee eine Flugabwehranlage auf ihrem Land gebaut hat. Ich habe sie dir auf der Karte markiert. Danke dir. Alles klar. Danke dir. So. Was haben wir denn? Den haben wir neu. Den haben wir neu. Konvoi. Da ist auch einer. Gut. Sonst haben wir nichts neu gekriegt. Ja, an und zu muss man mal nachgucken. So, welchen machen wir jetzt? Wir machen jetzt erstmal... Den, ne? Genau. Da ist ein Konvoi. So, wo müssen wir hin? Ach, auf der Seite ist das. Was? So. Wir müssen nach links. Dann können wir hier eigentlich schon direkt durch, wa? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Die kippen recht leicht, ne? So, da sind wir schon. Da sind wir schon. Waren wir schon mal hier? Hier gibt's nämlich gar keine Gegner. Okay. Den halten wir uns mal in der Hinterhand. Wir gucken, was wir machen müssen. Weil wir... Oh, das war falsch. So. 1700. Okay, da können wir auch definitiv nicht zu Fuß sind. So. Nehmen wir mal... Oh, da müssen wir da laden. Alles klar. Mal ein bisschen abkürzen hier. Zeit ist Geld. So. Hoffen wir mal, dass keine Straßensperre kommt. Dann sind meine Reifen nämlich schon wieder platt. Hier haben wir eine kleine Baustelle. Muss auch mal sagen, ne? Okay. 1600 noch. Oh. Mal gucken. Scheiße. Die Guerrieros da brauchen Hilfe. Die brauchen Hilfe. Das machen wir ein andermal. Wir haben jetzt keine Zeit. Wir haben nur noch 200 Minuten. Aber wir kommen gut voran. Okay. Ganz so lange ist es bis hier noch keine... ...Straßensperre. rechts und links Sperrgebiet. Ja. Das bringt überhaupt nichts. Nichts viel weg hier, sagt er. Okay. Noch müssen wir gerade aus. Und hier müssen wir ab. Und die Sonne blendet aber gewaltig. Siehst du, da ist eine Straßensperre. ein Kontrollpunkt. Ich konnte es mir denken. Aber Gott sei Dank mussten wir hier ab. So. Und diesem Gebiet war ich ja noch gar nicht. Oh, da hätten wir schon ab müssen. Wir haben noch Zeit. Aber wir können das ja ein paar Sekunden früher da sein als zu spät, ne? Das Militär hat die Schulen geschlossen und Direktoren als Geisel genommen. Das war meine Eimer, Marta Vani. Halte sie. Bin dran. So, 100 Meter. Wir haben es geschafft. Da ist es. Alles klar. Gut. Wenn sie stillhalten, geht das alles viel schneller. Okay. Holen wir uns mal unseren Loot. Dann würde ich sagen, gehen wir nämlich noch direkt weiter. Ein bisschen mit mehr Blick. So, dann gucken wir nochmal, was da alles so ist. Bremsen lösen. Und ein läppischen. Ähm. Einen läppischen Robo auf Holt hinaus. Was ist das? Dein Ingenieur. Dein Tod. So, hier haben wir nochmal so eine... So ein Vor. Können wir die benutzen? Schade. Hätte ich gerne die... Die da draußen. Die hier da. Hätte ich gerne Placke gemacht. Okay, hier ist noch eine Kiste. Die holen wir uns eben schnell. So. So. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich den Haken nicht benutzen. Oh. Das war aber interessant. So. Wo muss ich hier denn hin? Da ist ein Haken. Da ist noch ein Haken. Wie komme ich da hin? Oh. So komme ich da hin. Alles klar. Ja. Ja. Mal ein bisschen... Äh. Um... Gebäude drumherum. Ich finde es toll, dass es auch immer was anders ist. Entschuldigung. Ich muss eben kurz... Husten. Was haben wir gekriegt? Techmaster Weste. Cool. Okay. Das geht alles voran. So, jetzt gucken wir mal. Dann würde ich sagen, da wir gerade hier sind... Machen wir direkt mit denen hier mit. So. Falsche. Nicht zu spät, wissen wir. Dann... Gehen wir Kopfschmerzen. So, Mäuschen. Was hast du denn noch? Ich habe gehört, dass Soldaten einiges an Ausrüstung in dem verlassenen Wohngebiet Casas del Lodo zurückgelassen haben. Könnte sich vielleicht lohnen. Danke. 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 alles klar dann machen wir noch mal ich glaube wir müssen erstmal hier hoch und den scheiß hier alles ausspähen hey hier ist ein mörser Mission habe ich da noch gesehen hier oben ist gar nichts ok dann lass uns mal gucken hier können wir hoch dann lass uns hier mal hoch und gucken dass wir das ausgespielt kriegen da ist noch stuff so dann kommen wir mal da ist noch eine blut abwehr hier sehe ich jetzt keine gegner sind alle innen drin aber da ist einer eine so war bleib mal geschmeidig du hast mich nicht gesehen so ich würde jetzt erst mal sagen möchte da hinten auch noch mal spielen da sehe ich doch was dann gehen wir auf das gebäude da auch noch mal drauf weil da oben ist nämlich ein laptop so wie komme ich am besten hoch hier ist so was haben wir alles klar ganz viel informationen haben wir gekriegt da ist einer da ist einer das noch mal ein mg-nest da haben wir eine wie heißt alarmanlage okay jetzt ist oben drauf auch was los ein scharf schütze 1 1 auf haust schütze und eine sanitäter ok dann lass uns doch mal gehen wir hin auf jeden fall reinstecken hier muss ich gut ok so dann lass uns mal anfangen hier aufzuräumen da ist jemand hier oben können wir auch noch drauf aber es klappt jetzt noch nicht warum kann ich mich da nicht hochziehen scheiße ok dann machen wir das so er ist ein mörser alles klar den holen wir uns direkt glaubt er ist hier alleine so wird den schnappen wir uns jetzt mal bringen wir mal weg ein bisschen weiter hier da vorne um der ecke es sollte nicht lang so wie kommen wir da denn jetzt einen höher da können wir uns hochziehen da ist eine kammer ich merke das jetzt keiner was ich hier vorhab ok den supportiere ich mal oh gott oh gott ich konnte es mir denken ich konnte es mir denken so den bringe ich auch mal ein bisschen weiter weg hat einer was gemerkt warum schreien die da so ok da ist nochmal informationen da war ich gerade bei denen da war ich gerade das ist der da oben ok da ist eine sprengfalle dann könnte ich eigentlich nochmal zur anderen seite hin da ist nämlich auch noch was zum deaktivieren dann könnte hier auch schon mal keine hilfe mehr rufen und ich will hoffen dass es nur zwei sind hier ja hier sind schon genug von euch wahres wort besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können ok da ist noch stuff so dann lass uns mal gucken dass wir das auf diese seite gereinigt bekommen da ist einer auf unserer ebene da war einer der hat uns gesehen der eiser lassen wir den da erstmal ich laufe einmal drum herum da muss sie mal sind auch im halt bringen wir den mal hier um die ecke so jetzt kann es weitergehen mal hier rein nein kann man nicht was ist das hier alles hin oh gott sie mal nach von welcher seite kommt er da ok 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 gut das war nicht gut aber auch nicht schlecht gehen wir hier mal zur seite da oben der geht wieder nach oben aber auf der anderen seite da haben wir noch zwei gegner auf unserer ebene ok der hat uns schon mal gesehen gut der war gut der war gut das klar jetzt können wir auch langsam zusehen dass wir die leichten liegen lassen perfekt perfekt er ist einen höher hier und ich glaube der kommt jetzt auch runter ja komm her so die haben das gehört so den haben wir dann doch noch mal weg so schnell hier um die ecke oh man jetzt müssen wir doch langsam fertig werden hier so den haben wir den haben wir wir haben noch einen wir haben noch einen einzigen der noch nicht aufgedeckt ist ein schlüssel aber wofür ein schlüssel hier unten ist er nicht ich gehe davon aus dass der eine über uns ist nehmen wir mal hoch so den haben wir da muss noch irgendwo einer sein da können wir nicht lang ja hier ist er da ist er habt ihr ihn gesehen ich habe ihn schon gesehen den haben wir so das war ganz knapp wir drücken den noch mal ja hier ist es rang 9 diese einrichtung die dauert halt ein bisschen länger wenn man eben halt so jetzt mach keinen scheiß kein problem ich habe da oben noch ein paar okay gehen wir hier direkt hoch hier war doch auch noch ein was du mitnimmst okay wir gehen so das war letzte stop so was kriegen wir denn wir haben kein alarm ausgelöst und geisel gerettet super alles klar ja wir machen aber für diese folge äh schluss ich hoffe es hat euch gefallen lasst ein like da lasst ein abo da bleib mich in die kommentare wir sehen uns das nächste mal wieder und tschüss